Hoin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Birth of the Federation. Ja, ich hab den Endgame-Sound erstmal wieder angestellt, wie ihr das so hört, die Musik hier aus dem Spiel. Erzählt mir doch mal, was euch besser gefallen hat. Das letzte Episode, wo ich selber Soundtracks von Ron Jones aus Next Generation runtergelegt hab, oder lieber das hier aus dem Spiel. Mir selbst ist aufgefallen ein wenig, dass der Soundtrack, den ich selber drunter gemacht hab, trotz der Tatsache, dass ich die Lautstärke schon erheblich runtergeregelt hab, immer noch so laut ist, dass er fast meinen Kommentar übertönt. Also da kann ich aber noch ein bisschen weiter runterregeln, das würde auch gehen. Also sagt mir einfach, was euch besser gefallen hat. Gut, hier waren wir jetzt glaube ich soweit, dass ich nur noch die Runde beenden musste. Jo. Gut, Produktion. Dann kann ich hier nämlich hier, Leute, Energie. Ah, ich hab nicht genug Energie, okay. Ähm, wird's gucken. Ja, Astrophysik-Akademie. Mhm. Wäre auch ganz lohnenswert. Ganz lohnenswert erstmal. Jetzt, wo ich noch am Erforschen bin. Organik-Regenerator, dann machen wir den zuerst. Und dann... ...brauch ich noch eine Turbine. Wollen wir erstmal zwei dazu, sicherheitshalber. Gut, wie sieht das hier auf Avada aus? Die sind auch beschäftigt. Und hier, Telka. Kaufen. Ja. So sei es. Gut. Telka. Funktion. Okay. Soweit, so weit, so klar. Kastor. Da konnte ich noch nicht hin. Nach Wendika konnte ich noch hin. Sieben Zerstörer habe ich jetzt. Okay. Gut. Ähm, ich hatte mal probehalber die Shell-Yak angegriffen. Das ging beim ersten Mal ganz gut. Beim zweiten Mal nicht. Deswegen lasse ich es erstmal sein. Und warte ab, bis ich da Warbirds bauen kann. Aber nur Warbirds. Wie sieht die Forschung aus? Bei Energie bin ich noch. Energie 5. Ähm. Kurz überlegen, was muss ich denn da haben? Ich glaube, Energie 6 wollte ich noch erforschen. Ja, genau. Energie 6 wollte ich erforschen. Und dann steige ich um auf die anderen Sachen. Dann erforschen wir den Destroyer 2. Und dann danach direkt den Warbird. Das ist alles kein Thema. Gut. Dann mache ich mal die Runde weiter. Ich kaufe hier die nächste. So sei es. Ja, Warbirds. Na komm. Kaufen. Kostet jetzt ja nicht so viele Situationen. So sei es. So, da ein bisschen zügiger vorankommt, was das Ausbauen angeht. Ja, Warbirds-Systemreihe ist leer. Okay. Äh. Bauliste. Da brauchen wir noch einen Fabrikator. Den kaufen wir dazu. Kaufen. So sei es. Und hier. Ein Labor, das kaufen wir auch. So sei es. Energie. Wir haben 18 Produktion. So, jetzt haben wir 60. Und nehmen den in Betrieb. Nein. Den in Betrieb. So. Dann können wir hier nämlich nochmal zwei Leute wegnehmen. Und, oh, ja, okay. Jetzt setzen die erstmal hier auf die Intel-Zentrum. Auf die Intel-Center. Und dann erhöhen wir, dass die noch auf 20 verbringen. Genau, so machen wir das. Der Gas-System war jetzt leer. Okay, jetzt haben wir hier fünf Laboratorien. Aber kaum Leute. So, dann können wir die Nahrungsleute ganz wegnehmen. Weil der Replikator liefert noch genug Nahrung dafür. Den Fabrikator, den können wir leider nicht wegnehmen. Den brauchen wir noch. Bauliste. Ja, dann kaufe ich hier jetzt eine imperiale Werft. So sei es. Denn ich möchte hier meinen Einflussbereich erweitern. Gut, warum lass das Thema jetzt leer. Schiffbau. Mal schnell zwei Kolonieschiffe bauen. Ja, seht ihr hier so, was ich gesagt habe. Hier im neuen Rum. Zack, fertig. Ja, so ist das. Okay, dann möchte ich eigentlich gerne hier oben auch noch hin. Das heißt, ich müsste auf Avada ebenfalls eine... Ach ja, habe ich schon eine Werft. Aber nicht genug Energie. Haha. Ja. Jetzt müsste es reichen. Energie. Werft. Im Betrieb. Okay, gut. Jetzt kann ich auch hier hin. Da möchte ich unbedingt hin. Warte beenden. Produktion. Bauwerke. Bauliste. So. Guck, was muss ich jetzt unbedingt bauen? Hm. Die Phoenix-Einrichtung. Schildgenerator. Phoenix-Einrichtung. Vitalbunkernetzwerk. Astrophysikalische Akademie. Laboratorium. Ne, ich bau mal noch eine Klasse 2 Fabrik. So. Kommen die Schiff hier oben hin. Der produziert auch gerade nichts. Okay, schade. Das geht nicht. Dann bauen wir hier mal... ...die Organik-Fabrik erstmal aus. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, uns auszubauen, bevor wir auf den ersten Gegner treffen. Aber wir haben ja schon 100 Runden rum. Das ist schon eine ganze Menge. Beim letzten Spiel habe ich 550 Runden benötigt. Parada ist fertig. Okay. Bauliste. Produktion. Ja, bauen wir hier auch erstmal aus. Phoenix-Einrichtung. Ja, habe ich hier schon so ein Ding. Scheint so. Orbitalgeschütz. Astrophysikalische Akademie. Die baue ich jetzt erstmal. So, hier. Befehle. Terraformen. Zielplanet für Terraforming wählen. Hier haben wir ja... Was hatte ich hier gesehen? Plus 30, plus 40 Nahrung. Und die mit denen plus 50 Energiebonus auch noch. Ist natürlich richtig geil. Tolles System. Das schicken wir mal hinterher. Den Scout lassen wir mal hier oben nachgucken, was hier ist. Terraforming abgeschlossen. Die Akademie, okay. Ähm, jetzt haben wir hier... Ach ja, richtig. Terraformen. Fehler, Terraforming. Zielplanet für Terraforming wählen. Terraforming abgeschlossen. Oh, schon fertig? Na gut. Formation. Zwei Stück fertig. Befehle. Terraformen. Da. Zielplanet für Terraforming wählen. Omikron Ceti. Wow. Das ist ja auch ein gutes System. Mit so richtig viel Energie. Das ist klasse. Jetzt müssen wir uns auch unbedingt unter den Nagel reißen. Denn da werden wir nicht viele... ...viele Leute hinbauen müssen. Ich habe mal Hydra. Mhm. Da habe ich auch wieder so ein Energiesystem. 50 und 25 sind insgesamt 75 Energie plus. Das ist schon ordentlich. Aber natürlich kaum Einwohner. 90. Ja, das finde ich... Naja, ein bisschen mickrig, ne? Aber da kann man ein gutes Forschungssystem draus machen. Und da wir ja Vorherrschaft spielen, ist jedes System, das wir einnehmen, wichtig. Terraforming abgeschlossen. Und dann terraformen wir den letzten Planeten. Terraform. Zielplanet für Terraforming wählen. Sollte eine Runde dauern. Okay, zwei Runden. Romulus-Systeme ist leer. Mhm. Energie. Energie. Hm. Da ich noch keine Gehchen habe, kann ich die hier erstmal wegnehmen und in die Energie packen. Damit ich das Ding hier aktivieren kann. Romulus. Okay. Die sind noch am terraformen hier. Lass ich den Scout mal weiter erkunden. Terraforming abgeschlossen. Sehr schön. Micron City. Dann schicken wir das nächste Schiff gleich weiter. Formation. Tschüss. Du gehst hier hin. Und du kolonisierst hier den Plan... Dieses... Na, komm schon. Dieses System. So. Kolonisierungsbefehl bestätigt. Geht auch. Unsere Reise endet in einem neuen Anfang. Genau. Richtig. Oh, schön. Da ist es ja. Ladungssammler. Haben wir jetzt. Brauchen wir im Endeffekt noch den subatomischen Simulator, um unsere Forschung deutlich zu pushen. Deswegen lassen wir es erstmal dabei laufen. Und der Ladungssammler ist natürlich richtig klasse. Telka-Systemreihe ist leer. Okay. Bauen. Mal gucken, ob ich hier den Ladungssammler hinstellen kann. Das wäre natürlich super geil, wenn ich hier schon ein paar Jahre rein. Ja, Ladungssammler da. Den kaufen wir. Der ergibt nämlich 100 Energie. Gucken wir mal, ob wir den auf Avada auch bauen können. Ja, da kommt er auch hin. Dann kaufen wir den Ausbau der Organikfabrik für 50 Stunden. So sei es. Auf Romulus kann ich hier den Ladungssammler, glaube ich, nicht bauen. Nein, natürlich nicht. Das ist mir klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, woran das liegt, obwohl man... wo festgelegt wird, wann man den bauen kann und wann nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Egal. Ähm... Gravitations-Turbine ausbauen und Organikfabrik ausbauen. Parada. Ach so, war noch eine volle Bauliste. Okay. Das kaufe ich auch mal eben weg hier. So sei es. Telka-System-Reihe ist leer. Okay. Okay. Jetzt haben wir nämlich richtig schön Energie. Und können den Kerl hier wieder weg... ...wieder wegnehmen und hier mit reinstellen. Ah, kann ich den entfernen? Ja, schön. Die Forschung. Und dann bauen wir mal... ...und dann machen wir erst mal die Organikfabrik aus. Und dann den Fabrikator. Und dann können wir hier Phoenix-Einrichtung bauen. Und Schild-Generator. Ach so, hier war ich ja gerade eben. Äh... ...Arvada wollte ich hier hin. Arvada. Energie. Ach so, den Ladungssammler wollte ich kaufen. Genau, richtig. So sei es. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Klar. Finde ja auch gerade erst an. Und dann kaufen wir mal einen Class-1-Fabrikator. So sei es. Ladungssammler. Oh, Meeresfarm. Ganz super wichtig. Und die Werft. Wir müssen jetzt nur daran denken, dass ich hier jede Runde... Zielplanet für Terraforming wählen. ...jede Runde mal eben, äh... ...kaufe. ...Arvada-Reihe ist leer. Okay. Produktion. Energie. Zack. Bauliste. Hm, Bunkernetzwerk. Zur Verteidigung gegen Bodenangriffe. Dann machen wir hier den Organik-Regenerator. Und den Schild-Generator. Und danach können wir die Fabriken ausbauen. So, den kaufen wir. So sei es. Das ist Riegel. Schicker-Klasse M-Planet. Schlecht. Und die Lithium gibt es in dem System. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass ich mir das unter den Nagel reiße. Was machen die hier? Die bauen in... Ja, nee. Das lassen wir mal sein. Die paar Runden. Wie sieht das jetzt aus hier? Unterstützung. Ich könnte, glaube ich, nochmal wieder einen Chef dazu bauen. Terraforming abgeschlossen. Laboratorien ausbauen, Intel Center ausbauen, Gravitations-Turbine ausbauen. Nicht ganz unwichtig, dass ich das mache. Avada. Die neue Rumbroko-Netzwerk. Hier habe ich vergessen zu kaufen. So sei es. So. Und die Werft kaufen. So sei es. So sei es. Oh, vielleicht sollte ich erst mal... Ja. Vielleicht sollte ich erst mal abbrechen. Ähm, den verbesserten Replik... Na! Den verbesserten Replikator hier reinschmeißen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme, ne? So sei es. Dann brauche ich nämlich erstmal eine ganze Weile keinen Kopf mehr drum machen. So. Okay, Energie. Jetzt habe ich das hier. Jetzt habe ich schon einen Plus 103 Nahrung. Ohne... Oh. Zack. 67 Nahrung, ohne selber was zu produzieren. Das ist natürlich super. Ähm, Bauliste. Gut, machen wir jetzt hier mal ein paar Fabrikatoren rein. Kaufen. So sei es. So, beenden. Bekaufen. So sei es. TLK. ÖCD. Ausbauen. Ja, kaufen wir mal. So sei es. Ein bisschen Fortschritte haben hier. Da wollte ich nichts kaufen. Das machen die gleich schon so. Parada. Wie weit sind die? Das kaufe ich auch mal. Das Upgrade. So sei es. Ich brauche jetzt auch nicht Spaß an, weil ich führe hier im Moment noch keinen Krieg. Deswegen kann ich da ruhig was raushauen. Oh. So. Terraformen. Habe ich ganz vergessen. Zielplanet für Terraforming wählen. Kaufen. Na. Kaufen. Nicht Abbruch. So sei es. Und. Kaufen. So sei es. So. Wie sieht's auf Avada aus? Bukka natürlich nächste Runde fertig. Tier. Den kaufen wir auch mal. So sei es. Romulus. Das sind nur zwei Runden. Das können wir auch laufen lassen. Parada. Drei Runden können wir laufen lassen. Oh. Moment. Da müssen wir den Ladungsdammler dazu bauen. Ah. Ah. Derka. Habe ich schon gekauft. Alles klar. Gut. Romulus Systemreihe ist leer. Hm. Brauche ich die Fabrik aus? Schiffbau. Ne. Ich baue nochmal zwei Kolonieschüte. Und. So sei es. Kaufe ich noch den Fabrikator. Hier kaufe ich den Organic Regenerator. So sei es. Und hier kaufe ich den Schildgenerator. So sei es. Und hier unten kaufe ich nix. Und hier kaufe ich auch nix. Okay. Wie wird es der hier mit seiner Terraformerei? Ist noch dabei. Okay. Derka Systemreihe ist leer. Tele Beta Systemreihe ist leer. Okay. Ähm. Energie. Warum ist das Ding nicht an? Achso. Ich hatte nicht genug Energie. Hehe. Logisch. Derka. Obwohl es da so einen fetten Energiebonus gibt. 125. Das ist lägele. Jetzt kann ich die schon wieder bei der Wegnehmen. Gut. Dann gehen wir hier mit rein. Die Forschung. Bauliste. Brauche ich die Organic Fabrik aus. Die Turbine. Und das Laboratorium. Damit sind die erstmal ein bisschen beschäftigt. So sei es. Schildgenerator kaufen. Ah ja. Hier muss ich jetzt noch irgendwas machen. Mal gucken. Produktion. Auch hier brauche ich keine Organic Fabriken. Ich lasse erstmal zwei Organic Fabriken stehen. Denn hier kommen ja zwar 150 Leute hin. Dann brauche ich die zusätzlichen Organic Fabriken. Aber ich kann hier schon mal ausbauen. Und den Fabrikator ebenfalls. Den Phoenix Regenerator könnte ich auch bauen. Dann streche ich das mal raus. Fangen wir mit dem Phoenix Regenerator erstmal an. Und bau dann die Organic Fabriken und die Fabrikator aus. Das ist glaube ich ein bisschen sinniger. Parada. Parada. Okay. Gut. Ähm. Schildgenerator. Irgendwann war das System gebaut. Nicht betrieben. Wir haben nur 41 Energie. Wir brauchen 50. Macht aber nichts. Den brauchen wir im Moment auch nicht zwingend. Von daher ist das nicht so wild. Gut. Dann soll die jetzt ihren Fabrikator ausbauen. 200. Ach komm. Jetzt kaufen wir auch noch mal ein Ding. Telka. So sei es. Und hier auch kaufen. So sei es. Havada ist leer. Okay. Ah. Produktion. Bauliste. Dann kommen wir auch noch ein Fabrikator. Zwei Fabrikatoren. Und hier haben wir ein Kolonieschiff. Das soll nach Kastor fliegen. Und dann muss ich ja nur noch eins für Vendica gleich mal nehmen. Oder gar mal Hydra. Komm. Vendica. Vendica ist immerhin schon mal TerraFound. Das heißt, da muss ich nur noch eins hinschicken und kolonisieren. Werde ich wohl machen. Aber erst mal nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Star Trek Births of the Federation. Bis dann.